. 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 Robin Reynolds spielt einen Bodyguard, der besonders mächtige und reiche Menschen beschützt. Nachdem er einen Klienten nicht schützen kann, verliert er seinen ausgezeichneten Ruf und Status in der Branche. Um wieder Fuss zu fassen, nimmt der verbitterte und ausgebrünte Sicherheitsagent einen Auftrag an, ohne dabei zu wissen, wer sein Kunde ist. Er stellt sich dabei heraus, dass ausgerechnet sein Erzfeind ein Profi-Aufgangskiller, gespielt von Samuel L. Jackson ist. Verfolgt von der Böse, müssen die beiden eine taffe Reise von England nach Den Haag antreten, wo der Profi-Killer eine Aussage vor dem internationalen Strafgerichtshof machen soll, um den Blutrünstig osteuropäische Tyrann Dukovic, gespielt von Gary Oldman, zur Strecke zu bringen. Ich fahre mal ganz oben! Gottverdammt! Ich baller dir gleich Bleienart! Dass du irgendwann schon mal bitte? Bitte, motherfucker! Warum bringen wir so da? Also ich muss ganz ehrlich sein, am Anfang, als ich die Trailers gesehen habe, von der Killer und seinem Bodyguard, habe ich gedacht, das sei eine billige Komödie mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, die man eh schon in jedem Film sieht. Der Jackson. Der Samuel L. Jackson. Der Jackson! Aber ich bin positiv überrascht worden, schlussendlich bin ich gut unterhalten worden in diesem Film. Also mehr als Unterhaltung bietet der Film auch nicht wirklich an. Es ist so eine Mischung aus einem Bodyfilm, so einem Bromance, Romanzen, aber auch so einem Auftragskiller-Thriller. Auftragskiller-Thriller! Es ist mehr wirklich ein Oldschool-Action-Film. Was meinst du mit Oldschool-Action? Ja, sie haben das alles an Originalschauplätze gedreht, mit wie früher aufwendig in Szene gesetzten Action, mit echten Autos und nicht irgendwie im Studio gefilmten Explosionen. Gut, viele Explosionen sind natürlich schon noch echtragend in den Post gemacht worden, habe ich das Gefühl. Einfach aufgemotzt? Ja, aufgemotzt. Und das war ein bisschen schade, man hat gemerkt, dass die bestehenden Explosionen, wie gesagt, in den Post noch aufgemotzt worden sind und das hat es dann noch ein bisschen billig gemacht. Die Aufnahmen sind schon recht spektakulär, gerade in Amsterdam, wo sie mit den Bötchen durch die engen Kanale gefahren sind. Also wie man im Making-of gesehen hat, da sieht man, wie sie in Amsterdam effektiv die Autos in die Flüsse sprengen lassen haben oder mit Schanzen und Rampen wirklich... Und die Schauspieler sind dabei auch noch selber gefahren. Ja, Samuel L. Jackson hat die Bötchen ja zum Teil selber gefahren, das hat man ja gesehen. Also das meine ich mit Oldschool-Actionfilmen. Wenn man ins Kino geht, muss man sich bewusst sein, dass es ein reiner Unterhaltungsfilm ist. Ich finde aber auch, der Film nimmt sich selber auch nicht so ernst. Ich glaube, es war auch nicht die Absicht, einen tiefgründigen Film zu machen. Eine kleine Perle, die noch auftaucht, ist Salma Hayek. Sie spielt sehr gut, also es hat wirklich ein paar Schlüsselszenen, die einen wirklich den Nucki raushauen. Ich finde aber auch, ihre Schauspielkollegin, die französische Schauspielerin Elodie Young, ausgezeichnet und performt. Und zwar brilliert sie neben Reynolds als Agentin. Und man kennt sie ja eigentlich aus der Marvel-Netflix-Serie Elektra. Aber auch die männlichen Schauspieler sind recht gut besetzt. Wie zum Beispiel Gary Oldman? Der hat extra noch Russisch gelernt für den Film. Genau, der hat irgendwie so 20 Sätze auf Russisch sagen müssen. Und am Schluss sind sie dann, glaube ich, ein bisschen mehr geworden. Aber man kauft sie ihm ab. Er könnte noch Russ sein. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir zu unserem Rating. Wie viele Sterne gibst du dem Film? Ja, also wirklich unterhalten habe ich den Film jetzt nicht. Also ich finde, es hat bei der Story etwas an Dynamik gefehlt und teilweise auch die gespoilerten Dialogen. Also wir haben eigentlich gerade gewusst, was jetzt gerade passieren wird. Ich finde, es ist nie so wirklich Spannung aufgekommen. Ich finde, es ist nicht so ein Film. Darum würde ich dem Film insgesamt drei von fünf möglichen Sternen geben. Cool. Ich gebe dem Film vier von fünf möglichen Sternen. Wie gesagt, ich bin positiv überrascht worden. Ich bin gut unterhalten worden. Ein Top-Cast, wie du schon gesagt hast. Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Gary Oldman. Salma Hayek hat mich auch wieder einmal positiv überrascht. Vor allem hat man sie schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt taucht sie wieder auf. Darum vier von fünf möglichen Sternen. Das gibt einen Gesamtaufschnitt von? Dreieinhalb von fünf möglichen Sternen. Genau. Und das wäre es wieder gewesen von? Vom Laufstärke von Zürich. Cinnamon Inside. Peace over and out.